Für mich ist Familie alles. Ich habe eine normale Familie. Die besteht aus einer Mutter und einem Vater. Für mich bedeutet Familie Verständnis. Ich habe eine ganz normale Familie mit zwei Vätern. Für mich bedeutet Familie Zusammenhalt. Ich lebe mit meiner Mutter und das ist normal. Für mich bedeutet Familie Geborgenheit. Ich habe zwei Mütter und habe auch eine ganz normale Familie. Für mich bedeutet Familie Vielfalt. Ich wachse mit meinen Großeltern auf und habe auch eine normale Familie. Für mich ist die Familie Musik. Ich wachse in einer Pflegefamilie auf und das ist auch normal. Für mich ist Familie Sicherheit. Ich habe zwei Väter und eine Mutter und das ist auch normal. Schöneident und die Mutter gerne mit meiner Mutter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020